Jetzt hab ich gar nicht mal einen Gay Car. Ohhhhhhhhhh. Hat doch schon mal gut gepasst für die Überwürdigstürung. Ich geh drauf. Ja, dann geh du drauf, das bleibt wie immer. Na, du bleibst hinten, ne? Ja. Ich bin wieder im Tor. Ich rassier. Erstmal wieder kurz einfahren. Ja, danke Michi. Bitte. Okay. Ähm. Das war ne saubere Vorlage, Michi. Der hat mich reingedonnert, seht ihr doch. Shit. Ich fahr. Direkt hinterher. Okay, ich geh wieder in meine Position. Komm, Mitte. Doch nicht. Boah. Shit, ich bin noch drüber. Nein. Er kommt. Boah, das war Glück. Das war Glück, dass ich jetzt auch da war. Boah. Boah, knapp. Schade. Was ist denn das für Musik? Ich hör keiner. Boah. Mir ist voll die Hupenmusik. Ne, ich hab's hier aber auch raus. Boah. Weil mir läuft keine Musik im Game. Okay. Ich hab mich geklärt. Was war so ein komisches Hupkonzert. Ich weiß gar nicht, gibt es hier Hupen? Mh mh. Naja. Der kommt mies. Naja. Der kommt mies. Naja. 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 Der kommt mies. Naja. Naja. Ja, der Baro ist wieder da. Bitches. Mach ich easy aus, äh, 1000 Meter. Ja. Einer von denen ist Anfänger. Was ist mit Mario? Na, was? Ist das dein Ernst? Ey. Was macht ihr, ihr Lutscher? Ja, ich wollt grad fahren, Mensch. Alter, ey. Ich wollt nach vorne rasen, ne? Ich dachte, einer von euch steht an der Seite. Nein, die wollten nach vorne rasen und du bleibst einfach stehen. Du warst der Vorderste von uns. Ich wollte nur den Boost kreifen. Ja, irgendwer musste zum Backe. Scheiße. Geh jetzt rein. Jetzt sind wir ja schon zu dritten Tackern, trotzdem. Oh, shit. Oh, was? Oh. Ohoho. Der war sehr riskant. Oh. Scheiße. Der kommt. Nein, ich komm nicht ran. Ich komm nicht ran. Kann ichs machen. Erst im Spiel wird sowas von verschissen. Naja, wir haben noch 3 Minuten da. Ja, trotzdem. Wir stellen uns gerade richtig gut an. Ich geh drauf. Okay. Oh, was ist denn jetzt schon da? Oh, Mist. Verschätzt. Weit verschätzt. Oh, Mist. Ich muss wieder zurück ins Tor. Ich muss wieder zurück ins Tor. Ich muss wieder zurück ins Tor. Ne, doch nicht. Boah, Mario. Lagt doch hinten. Oh, Gott. Ich dachte schon die ganze Zeit, was geht hier ab? Ich spiel schon die ganze Zeit in der falschen Sicht. Epsilon, ne? Ja, ne. Wir. Ja, bei dir. Ja. Och, der Titsch. Scheiße. Da spielen wir gerade nen Pack zusammen. Ja. Was ist denn eigentlich 4-0 führen oder so? Ja, nach vorne wieder. Dieser Tor-Mann hat Wander-Tage anscheinend. Ja. Ausweise heute. Komm, für ein Loch ist alles drin oder? Oh, ram mich doch noch zweimal, du Wichser. Ja. Sag mal sagen. Nein! Oh, ist die nice. Ja, danke. Ach, kacke. Ist das heute irgendwie nicht so mein Tag? Noch nicht. Ich bin ja genau so wenig wie wir. Eigentlich. 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 Eigentlich halt, weil sie führen ja. Das muss ja was heißen. Jawohl. Ja. 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 Da war sowas von geplant, wie der jetzt reingeht. Könnt's doch packen. Ein Ausgleich. Dann lenkt ihn erstmal rein. Ich fahr. Ich lauere, ich lauere. Jawohl, Michi. Ja, nice. Du lauerst aber ich nicht. Ja, ich war da. Ich wollte ihn natürlich dann in den Vortritt lassen, weil... Ja, so wie eben, ne? Wir klauen, ne? Ja. Wenn er von euch muss. Ja. Mario muss. Mario, geh wieder nach hinten. Am besten. Ja. Bin da. Noch. Boah. Aua. Wird gebumst. Was, du? Wird gebumst. Wow, wow, wow. Jawohl. Nice. Dann macht er ihn. Warte, wenn wir das Spiel gewinnen. Ja, im Moment führen wir. No friend. Pace. Thomas, der schreibt. Großartiger Passmate. Ich bleib hinten. Okay, ich bleib hinten. Ich bleib hier genau stehen erstmal. Okay. Warte mal, wer... Ich war nicht drauf vorbereitet. Ich hab keinen Fall. Nein, du wichst bolt. Oben Mario, deiner. Mario, Mario. Der war nicht so perfekt. ja das ist halt wenn du führst musst du eigentlich mauern da müssen wir mal das problem ist dass wir hier nur nicht die perfekte taktik haben wir sind sehr oft noch zusammen zu zweit direkt mir egal nein also hier reingegangen wäre hätte ich mich so selbst gefeiert macht ich mache ich machen wir pass auf und kriegen wir noch ein das sind auf dem boden sitzen ich gehe drauf okay du geh du komm ich hab dich kapiert krieg ich nicht nein ja die machen wir nicht auf kurs stiefen ein bisschen druck das war noch meiner guck mal wie ich den geholt habe guck mal wie ich den vorne weg gerahmt habe ich wollte nur ich wollte gar nicht auf den ball ich habe gar nicht auf ball gespielt ja das war gut ich hätte jetzt nicht gedacht dass wir das noch drehen richtig geile spiel es war 1 zu 3 mega scheiße aber wir haben es gut gedreht über zwei drei drei über zwei liga 2 liga 2 loma wird heute noch silber und wir werden übertreiben ich hab noch ein bisschen was ne gold nicht das wäre zu gut ich werde dir angerufen nur kurz gemütel was er spielt ja trotzdem denke ich mal ist es jetzt dasselbe stadion ne fahr du fahr du fahr du ich werde dir gehen ich werde dir gehen ich werde dir gehen oh da räumen die mich weg kleiner mümmer ja das war nicht die beste absprache grad naja das ist ein bisschen blöd wenn mich jetzt telefonieren ja zum thema absprachen ich komme dir helfen schafft ihr schafft ihr ist es gefährlich ist immer noch heiß aufpassen ich hab den ich mach den nicht Mensch was ist denn jetzt ich bin hinten ja ich auch nur ohne boost jetzt kommt okay kommt er nicht ran mario ich bin auf dem ja wieder alter wie der da springt der eine kann das saugut der der mich die ganze zeit rammt weil er so ein behinderter der kommt scheiße ist alter rammt der mich weg alter der wichser hörst du auf das ist gefährlich jung jo oh mann wie schlecht der eine ist rocketer ne das ist noch weit über meister und experte der muss keine ahnung wieviel spielstunden haben der eine von denen die sanora das ist mehr als doppelt so viel level wie ich hab was ja der muss keine ahnung 500 spielstunden locker haben aber ich bin noch nicht vorbei ja wir müssen da jetzt druck ausüben geben wir druck wir kriegen den ball nicht mehr aus unserer hälfte kacke wow michi ich hab ihn nicht nein schade ich hab den auf der linie nur ja war trotzdem sehr gut oh man heißer ist scheiße aber das ist schwierig in solchen fällen äh ich fahr nein boah über 60 punkte gibt das ich hab keinen boost oh mann ich hab keinen boost Oh Mann, ist das kacke, Alter. Funktioniert gerade gar nichts. Ähm, ich fahr' Oh, Kampf. Mario, weg damit. Oh, der ist den Bein noch vorbei gewesen. Ne, okay. Ja, reicht nicht. Ja, ja, ja. Vollkommen. Der kommt ekelhaft jetzt. Nach vorne drücken jetzt. Komma. Okay, ich krieg noch eins. Ne, ne, kriegt er nicht. Ne, doch nicht. Oder? Ne. Weiß nicht. Au. Was war denn meine Niederlage? 3-0 oder 3-1? Wir haben jetzt 2-0, ne, 3-0. Ich hab immer noch keine Kiste bekommen. Oh Mann, was das Spiel scheiße. Mal letzte Match, ne? Ja. Für heute komplett? Ja. Folge. Für die Aufnahme zumindest. Oh, Alter. Momentane Klasse, Silber 2, Liga 2. Liga 1 bin ich. Was geht mir? Anfänger? Anfänger? Semiprofi? Tiefenpferd. Tiefenpferd. Mach's ein Budget. Ach, fass auf. Schlägt das gleich fehl wieder. Ne. Semiprofi zweimal. Und Anfänger einmal. Ich geh drauf. Ja. Schon mit Boost. Ich spring vorbei. Nein! Alter, was ist los mit mir? Ich bin so dermaßen scheiße. Ja, klar. Noch nicht mal was. Mitte. Ich geh rein. Jawoll. Wollte ne Flanke werden, oder? Oh. Los, weiter, weiter, weiter. Ich bleib hinten. Ähm. Michi. Steven. Kannst. Ja. Oh. Shit. Ah, fuck. Hab keinen Boost. Ich bin zu hoch geworden. Mhm. Nein. Alter. War da. Ich war da. So zum Kotzen. Oh, Boost. Also ganz krass, so wird das nichts mit ESL. Nö. Aber es geht erstmal um Erfahrungen zu sammeln, ne? Ja. Ja. Damit wir wissen, wie das nochmal genau da läuft in der ESL und so. Nur mal auf Spaß. Aber wir haben ja nichts zu verlieren. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ja. Mir fehlen da echt die Worte dafür. Ich bin hinten. Ich bin hinten. Ich bin hinten. Okay. Wechseln. Ja. Alter, das kann nicht wahr sein. Vor allem als Anfänger kommt der an die hohen Bälle, ja. Ich glaube so. Ja, das ist ein Smurf wahrscheinlich. Michi, dein. Oder Lumi. Alter, ist... Ne, ich krieg die Bälle kaum gut getroffen, oder? Sorry. Ach, nicht ab. Ja, ich... Jetzt bin ich wieder da. Ja. Jawohl Michi. Easy boing. Was? Mein Spiel kommt noch. Ab der zweiten Minute. Ich wär immer froh, wenn ich mal wieder die Bälle richtig teste. Geht's auf. Ja. Wie will der erste? Hey, der ist ja eh gelockt. Oh, Hilfe. Pass bloß auf. Gefährlich. Nee. Jungs. Oh, war's schlecht, Mann. Das war grad so schlecht. Fahren zu dritt rum, Alter. Wie so Behinderte. Auf, 2-2. Ist nicht mein Spielgrad. Michi, du fährst. Das ist von uns allen irgendwie nicht wirklich so spiel. Oh, ich treff die Bälle nicht. Jetzt nochmal Siegen. Jawohl, Michi. Nice. Patrick. Wir können das Spiel packen, aber ich bin trotzdem überhaupt nicht zufrieden mit meiner Leistung. Ja, das Spiel davor war auch eigentlich richtig scheiße von unten, ne? Ja. Im Vergleich zu gestern und so. Normalerweise treffig. Ich geh drauf. Okay, wir haben nur den Vorteil, dass es in der Aufnahme nicht wirklich schlechter rüberkommt. Weil die schlechten Spieler hatten wir ja gestern auch schon. Der kommt. Nee. Fuck. Nicht gut. Kommt. Kommt. Er kommt, Mario. Meiner, 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 meiner. Okay. Ach, schade. Ja, das ist jetzt, äh... Ja, ich weiß. Abgebrachter. Jetzt, jetzt kommt er aber. Endlich mal getroffen. Ah, okay. Oh! Fuck, er kam durch. Oh, scheiße, meine Fresse, Alter. Ja. Wir können halt die Führung nicht halten. Das ist grad unser Problem. Das darf nicht sein. Der fehlt halt da. Push, nach vorne. Der ist gefährlich für uns. Boah, der ist immer noch gefährlich. Der reicht nicht. Der reicht immer noch nicht. Oh, Mann. Ich hab wieder nicht Doppel-Tap gemacht, Alter. Mario. Deiner. Den krieg ich. Deiner. Den krieg ich. Ich hab ihn extra abgedrängt. Ja, der kommt gefährlich zurück. Oh, der wird noch gefährlich. Ich konnte ihn nicht schön weg. Okay. Okay. Wenigstens verlängern. Okay, Verlängerung. Verlängerung. Oh, Mario geht. Ich bleib hinten. Mario, kommst du zurück? Ja. Oh, fuck. Mario. Ah, jetzt komm ich langsam wieder rein. Zum Ende der Folge. Wow. Oh, ich treff die Bälle nicht. Meine Fresse. Oh, scheiße. Ja, die haben auch einen festen Torwart da hinten jetzt. Ich treff nix. Meine Fresse, Alter. Zerstörung. Geil. Mitte. Ich bleib weg. Ich bleib weg. Ich bleib weg. Ja, nicht mal wieder die Ecke. Ich hasse die so sehr. Ich kann die auch nicht. Ich kann die nicht. Der Torwart kommt. Oder? Ne, doch nicht. Steven? Oh, ich treff ihn nicht gescheit. Das war nicht mein Spiel. Das ist noch nicht vorbeute Spiel. Oh, grüß. Ja, okay. Einer muss hinten bleiben. Einer muss hinten bleiben. Alle drei pushen. Jetzt schon pushen? Ja, er rollen müsste. Nein, nein, Mario. Okay, doch nicht mehr pushen. Bleib hinten, Mario. Oh Gott. Komm schon, wir müssen das Spiel noch gewinnen. Ich komme nicht. Kann es hier eigentlich ne Unentschieden geben? Nein. Es geht immer so weiter, bis es Musiker gibt. Komm schon weg. Komm schon weg. Die Pille ist nicht gescheit. Okay. Jawohl, Messi, stark. Ja, nice. Geil. Erstmal in Ruhe ansehen, was die da machen und dann zu schlagen. Dass sie das auch gepackt haben, ey. Einfach unglaublich. Ich bleibe Liga 1 dauerhaft, ne? Ich habe immer noch keine Kiste bekommen. Ich will jetzt endlich noch eine Kiste bekommen heute. Wir machen weiter, oder? Jo. Aber nicht mehr für diese Folge. Oh Gott, war das schlecht. Egal. Trotzdem, wir haben jetzt zwei Spiele gewonnen, ne? Ja. Erstmal noch Silva 2, Liga 2. Ich bleibe bei allen drei Matches bin ich selber Liga geblieben. Dann geht es einfach weiter. Es geht weiter in den nächsten Folgen dann auch, ne? Ciao. Bye. Ciao. デ BEN T Vielen Dank.